Durch die Zellaktivierung haben die keine Angst der Veränderung, die spüren tatsächlich, wie das ist, wenn sie schon in der Veränderung sind. Und das ist so das Positive, also die werden ruhiger, es fließt innen drin und das wird auch gespeichert. Willkommen in der Welt von Mit Herz und Fuß, dem Podcast, der dich auf eine Wanderung durch die Landschaft der Gesundheit mitnimmt. Ich bin Antonie, dein Zellcoach und das ist Ralf, unser Tourguide der Fußgesundheit. Gemeinsam erkunden wir die verborgenen Pfade von Körper und Seele. Ob du ein Spaziergänger auf der Suche nach Wohlbefinden bist oder ein Entdecker der Geheimnisse, der Füße, schnüre deine Wanderschuhe, wir brechen jetzt auf. Setz dich an unser Lagerfeuer und lausche den Geschichten mit Herz und Fuß, wo jeder Schritt, eine Entdeckung und jedes Herzschlagen ein Echo der Natur ist. Hallo Antonie. Hallo Ralf. Oh, Antonie war es, glaube ich, gell? Genau, werde mal konkret, Ralf. Da sind wir wieder bei der Veränderung und die Veränderung, die bei mir im Kopf stattfinden darf. Aber ich sage es mal jetzt so, du hast es entschieden, Antonie. Du hast es entschieden, jetzt hier in den reißenden Fluss zu gehen. Du hast gesagt, du willst den kürzesten Weg, ist das richtig? Ja, tatsächlich habe ich das gesagt. Ui, das fühlt sich im Moment innen drin bei mir, meinem Herzraum und meinem ganzen Innere, ziemlich turbulent ankert. Also ich spüre schon den reißenden Fluss. Und bei mir meldet sich auch gerade mein Steuermann. Der sieht nämlich, was hier vor uns ist. Schon ganz schön starke Strömung. Ralf, das ist eine ganz schöne Nummer, was wir da machen, in den reißenden Fluss reingehen. Aber wir haben uns entschieden. Wie tief ist das eigentlich? Ich kann das gar nicht sehen, wie tief das ist. Sind da Krokodile drin oder irgendwas, was mich auffressen möchte? Oh. Hier in den Alpen gibt es doch keine Krokodile, Antonie. Mein Kopf sagt, das kann alles sein. Oh. Da kann alles drin sein. Okay. Das war schon so ein kleiner Scherz. Aber manchmal hat man das Gefühl, der Kopf bäumt sich so auf, dass wirklich Krokodile da drin sind. Also der Kopf, da macht alles ganz groß. Dass es so gefährlich ist, dass es wirklich Krokodile sein könnten. Dabei sind es ja nur, was weiß ich, kleine Fischle oder so ganz niedliche Flusstierchen. Aber der Kopf sagt, boah, das könnte wirklich Krokodil sein, wo er uns auffrisst. Aber es könnte auch kalt sein. Und weißt du was, was Wasser auch sein kann? Nee. Nass. Und da kommt mal so ein Spruch, da muss ich gerade mal loswerden. Ja, mach mal. Man kann nicht duschen, ohne nass zu werden. So ist es. Und das finde ich, das hole ich mir immer wieder vor. Hat mal ein guter Freund zu mir gesagt und ich fand es so genial. Das trifft so gut, aber viele möchten wirklich duschen, ohne nass zu werden. Und duschen schon gar nicht kalt. Also die möchten alles, aber nichts dafür tun und nicht die Konsequenzen tragen. Also finde ich sehr passend. Und weißt du, was wir jetzt auch noch tun dürfen? Schieß los. Am besten ziehen wir unsere Schuhe aus. Da bin ich dabei. Da bist du dabei. Da bin ich dabei, weil ich möchte die Füße spüren, meine Füße möchten Freiheit, haben wir schon alles gehabt, ne? Ja, dann ziehen wir jetzt mal die Schuhe aus. Alles klar. Und dann gehen wir da jetzt mal rein. Und wenn wir jetzt dieses Bild mal nehmen, wir gehen in den reißenden Fluss, wir spüren in die Strömung, was passiert da mit dem Herzen eigentlich? Ich habe mir gedacht, das Herz mag Veränderung, so im Grunde genommen. Das Herz, wenn der Kopf leise ist, wenn wirklich der Verstand, das Ego leise ist, brennt das Herz für alles, was einem Freude macht. Und in der Veränderung steckt ja ganz viel Neues. Und das Neue kann tatsächlich schön sein, ja? Ja, und Veränderungen sind meistens wirklich was Freudiges, was Schönes, was Luftiges. Es sagt immer nur der Kopf, boah, Gefahr, Krokodil. Und deshalb, wenn ich jetzt in Ruhe komme und ich spüre mein Herz, in mein Herz rein, dann sagt mein Herz, ja, Antonie, geh in den reißenden Fluss, das passt zu dir, geh. Da ist Fluss, da ist schon Fliese drin, da ist Bewegung drin, da passiert was. Und ich bin sehr neugierig. Das ist immer nur der Kopf, wo es sagt, boah, nee, zu gefährlich. Aber das Herz möchte in Veränderung, das möchte in die Dynamik, das Herz möchte in Bewegung sein. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, weil das Herz ist ja offen für alles. Richtig, die bunte Palette des Lebens. Wenn man die bunte Palette des Lebens, das heißt auch diese Gefahren, das heißt auch die Grauzone, wo es ein bisschen duschter wird, die Talsohle, so wie auch die Höhen. Das Herz ist ganz, das Herz lief die Ganzheit und die bunte Palette des Lebens. Da gehört auch der reißende Fluss dazu. Dieses Ungewisse, das ist im Herzraum drin. Und was ist deine Meinung, was würden jetzt die Füße sagen, wenn wir einfach so in so ein Flussbett reinmarschieren wollen? Die Füße, wenn man wirklich den Füßen Zeit lässt, jetzt kommt der Faktor wieder Zeit. Und sagt, okay, es ist uns ein bisschen kalt, wir werden jetzt ins kalte Wasser geworfen, sondern wir können uns vorbereiten. Wir können quasi den Kopf schon vorbereiten, okay, das Wasser ist jetzt kalt, aber wir probieren es, wir lassen uns drauf ein. Dann wird der Kopf auch ruhiger, wenn man natürlich auch direkt, als man ins kalte Wasser geworfen wird, ist manchmal auch gut, aber in dem Fall können wir uns ein bisschen vorbereiten. Dann findet die Füße, das ist dann natürlich auch spannend. Aber dieser Zeitfaktor ist manchmal auch sehr wichtig, dass man den Kopf kurz vorbereitet drauf, dass da nicht so überrumpelt wird. Ja gut, dann ist es wieder das Hilfsmittel für den Kopf, für den Verstand. Genau. Weil ich glaube auch, dass die Füße auch ready für alles sind. Grundsätzlich. Genau. Die sind vorbereitet für alles, die sind mobil, die sind bereit, neue Erfahrungen zu machen, die sind flexibel, was das angeht. Von daher, also von den Füßen her, da ja auch erstmal kein Veto, oder? Nee, aber denk mal an deine Einladen. Wenn man die so einfach so sagt, okay, man stülpt es drüber, dann gibt es zuerst auch mal so ein Zusammenzieher und nicht so einen Wohlfühlfaktor. Und ich meine, wenn man da wirklich sich ein bisschen vorbereitet, vielleicht ein bisschen auf dem Gras läuft und ein bisschen so die runde Steine, ein bisschen an die Fußsohle lässt, dann sind die spitzen Steine im Fluss nicht so schlimm. Weil sonst springt man sofort wieder raus. Und so ist es auch wie dann wirkliche Leben, wenn man dann so ins kalte Wasser geworfen wird, dann ist oft die Gefahr, dass man sofort wieder rausspringt. Okay, ich war drin und geh wieder raus. Aber das wirkliche Erleben heißt, man lässt sich drauf ein, man lässt sich tief sinken, auch so in die spitzen Steine. Okay, es kann wehtun, zuerst einmal. Und dass man sich richtig darauf einlässt, braucht es ein bisschen Verständnis. Ja, da ist natürlich auch wirklich diese Vorbereitung, das Hilfsmittel für den Steuermann, für den Verstand dann auch immer ganz gut, wenn ich den Menschen erkläre, was jetzt auf sie zukommt. Also wie sich das vielleicht anfühlen könnte bei ihnen. Und was ich dann auch mache, ich stelle die erstmal nur auf die Aktiveinlagen drauf und gebe denen einen Moment erstmal im Stehen, sodass sie dann erstmal wahrnehmen, okay, was passiert jetzt mit meinem Körper? Und ich nehme sie dann auch mit in die Wahrnehmung. Das heißt, ich sage ihnen, ich schildere ihnen, wie das sich jetzt eben anfühlt, dass die Ferse eben freier ist, dass der Vorfuß freier ist. Und dass dieser Golfball der Veränderung in der Mitte des Fußes durchaus spürbar ist. Und dann ist es auch einfacher, sich darauf einzulassen. Ja, und da merkt man schon, Vertrauen ist da auch ganz wichtig. Und wenn man den Kopf, den Verstand einfach mitnimmt am Anfang, dann ist er nicht so überfordert. Es gibt bestimmt Situationen, wo man einfach sagt, ich nenne es mal Fallschirmsprung, da muss man einfach springen. Es gibt Situationen, da kann man sich jetzt wahnsinnig vorbereiten, sonst macht man es nicht. Aber so in den täglichen Dingen des Lebens, aber auch jetzt in den Fluss, in den reißenden Flusssteiger, es ist leichter, sich ein bisschen vorzubereiten, den Kopf, das Ego mitzunehmen, ein klein bisschen, ja wie so ein kleines Kind an die Hand nehmen, ein bisschen erklärt, was passiert. Dann wird der Fuß an sich auch weicher und kann sich auf das einlassen. Und dann kommt das Herz und dann kommt die Neugierde. Und dann kann die Neugierde sich ausbreiten. Dann weiß man, okay, es kann spitz sein, kann mal ein bisschen wehtun. Aber man weiß, okay, an sich ist es eine gute Sache. Also das Zeit und Vorbereitung ist manchmal ein gutes Tool, damit man auch wirklich in die Veränderung geht und sich nicht überfordert. Und da spreche ich auch mal wieder aus eigener Erfahrung. Ich bin die Frau, die mich gern überfordert, weil ich nicht immer die Geduld für mich habe. Aber immer wenn ich dann zu schnell bin, springe ich wieder aus dem Fluss raus und da gewinne ich nichts. Also es ist besser, ich sage mir auch immer, lass dir ein bisschen Zeit, ich kenne mich ja. Lass dir ein bisschen Zeit, nimm deinen Kopf mit, deinen Verstand und lass dich darauf ein. Nein, somit war ich besser. Also im übertragenen Bild quasi jetzt hier nicht irgendwie durch den Fluss stolpern und da ganz schnell ans andere Ufer, sondern Schritt für Schritt, jeden Schritt bewusst setzen, stehen, stabil stehen, weil da ist ja dieser reißende Fluss, der will dich ja oder der schmeißt dich ja um, wenn du nicht aufpasst. Und das ist immer das Schritt für Schritt bewusst setzen. Genau und natürlich nicht nur der Fluss, die Geschwindigkeit, der Widerstand, sondern auch die Steine. Man weiß ja wirklich nicht, wo man den Fuß aufsetzt. Man muss ein bisschen tasten. Das hatten wir ja schon mal, das Thema mit Barfußlaufen in der Stadt und so. Da können natürlich Ausscherben sein, da kann was Spitzes sein. Also man muss sich ein bisschen rantasten und ja, wenn man sich da wirklich Zeit lässt für sich und auch da gewinnt man dann Vertraue. Und dann kann man auch mit der Zeit immer schneller werden. Und dann hüpft natürlich das Herz wie so ein Kinderherz, wenn man sagt, man kann pflanschen, man kann rennen, man kann ein bisschen mutiger werden. Aber die Zeit sich lassen, das ist ganz gut, weil dann geht man viel besser in Veränderungen rein und nicht nur in diese mit dem Reisenfluss, sondern so grundsätzlich in jede Veränderung. Man weiß, da sind keine Krokodile drin. Ist gar nicht so schlimm. Und so sehe ich das auch mit den Aktiveinlagen. Deshalb machen wir das auch tatsächlich, dass wir den Menschen sagen, okay, du fängst wirklich an, fünf Minuten diese Aktiveinlagen zu tragen. Geh bewusst da rein, mach bewusst die Schritte und geh fünf Minuten mit den Aktiveinlagen am ersten Tag. Und das machst du zweimal und viel mehr auch gar nicht. Und am zweiten Tag machst du den nächsten Schritt und gehst zehn Minuten mit den Aktiveinlagen. Und so steigerst du langsam deine, ja dein Training letzten Endes. Es ist ja auch ein Training. Du wiederholst immer wieder diese Veränderung. Du gibst dem Fuß immer wieder die Möglichkeit, in die Veränderung reinzukommen. Und so baut sich das Stück für Stück auf. Und das dauert dann ungefähr so drei, vier Wochen, bis der Fuß bereit ist zur Veränderung, zur vollständigen Veränderung den ganzen Tag. Und dass er dann mit der Aktiveinlage auch den ganzen Tag arbeiten kann. Ja, das hört sich sehr vernünftig und gut an. Und das Ziel ist ja auch die Lebendigkeit vom Fuß. Dass da einfach auch die Lebendigkeit, dass man die auch spürt, dass da eine Bewegung drin ist, dass der Fuß sich eben nicht, wie vom Kopf her bei mir schon mal gedeutet, starren fühlt. Sondern wenn der Fuß wirklich alle Bereiche berührt, dann ist er weich, dann ist er durchgängig, dann ist er fluffig und da findet Bewegung statt. Und das ist bei mir am Zellcoaching auch immer ganz gut zu spüren bei den Kunden. Und die sagen das auch, die spüren das Kribbel in den Füßen zuerst mal. Die spüren den Kribbeln, je mehr der Verstand zur Ruhe kommt, spüren sie so ein Kribbel in den Füßen. Das heißt, die Zellen arbeiten. Und die Zellen arbeiten halt, wenn der Kopf ruhig wird. Deshalb auch die Zeit sich lassen, nicht die Menschen überfordern. Ich kann die auch nicht überfordern, aber da gibt es keine Überforderung, weil ich kann auch so viel machen, wie die auch vertragen. Faktor Zeit und Vertrauen ist da unglaublich wichtig. Und ich glaube, bei dir mit der Einlage, mit der Kunde, bei meiner Kunde auch die, die müssen zu mir zu 100 Prozent Vertrauen haben. Weil ich bin ja quasi, ich mache das ja und wenn da nicht das Vertrauen herrscht, wird es schwierig werden. Und das Vertrauen in diese Sache oder egal was man macht, Vertrauen in die Veränderung. Und wenn man kleine Veränderungen, jeden Tag so ganz kleine Veränderungen angeht, dann kommt man immer mehr in solche kleine Unbekannten rein, wo man dann keine Angst mehr hat. Dann kann man immer größer werden, kann immer mehr werden. Aber klein, Schritt für Schritt, wie du es vorhin gesagt hast, mit kleinen Veränderungen anfangen und spüren, nein, da sind keine Krokodile da. Nee, da können wir weitergehen. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn du das mit deinen Klienten begleitest, diese Veränderung, das ist ja eine Begleitung, das ist ja über einen gewissen Zeitraum einfach auch. Und dann sind wir wieder beim Bild vom Fluss, dann machen die einen Schritt und dann auf einmal ist da unterm Fuß was ganz Unangenehmes. Und die schrecken zurück, die schrecken zurück und ja, ich sage mal, sie stagnieren im Prozess der Veränderung. Was hast du da für Möglichkeiten oder was hast du da für Ideen, wie du die dann wieder an die Hand nimmst? Also das Gute daran ist, durch das Zellcoaching werden die Zellen aktiviert. Durch die Zellaktivierung haben die keine Angst der Veränderung. Die spüren tatsächlich, wie das ist, wenn sie schon in der Veränderung sind. Und das ist so das Positive. Also die werden ruhiger. Es fließt innen drin und das wird auch gespeichert. Und dieses Wissen, das Erleben können die immer wieder hochholen, immer vorholen. Und das ist das Besondere an der Arbeit, dass sie das schon gespürt haben, wie das ist, wenn sie in die Veränderung reingehen. Wie gesagt, diese Arbeit kann man nicht immer gut erklären mit dem Kopf. Ich versuche es so gut wie es geht, immer so ein bisschen reinkriegen, aber man kann da auch reinfühlen. Also das geht ganz gut durch die Worte, weil das ist wirklich was, wo man nicht alles mit dem Kopf erklären kann. Man braucht Vertrauen und deshalb ist es immer ganz gut, wenn man da so kleine Tools nimmt, um in die Veränderung zu gehen. Aber wie gesagt, bei meiner Arbeit spüren die Kunden das direkt, weil die Zellen aktiviert sind. Die Zellen, die für sie, also ihr Zellsystem wird aktiviert. Und da kommen sie eben schon in die Weite rein und wissen, okay, das kann ich. Natürlich im Alltag werden sie merken, oh, da kommt der Kopf wieder, das kannst du doch nicht machen, oh Gott, du kannst schon in den Reisenfluss reingehen. Natürlich kommt der Kopf wieder, der ist aber auch wichtig, um zu merken, ah, das ist das Alte, ah, so habe ich getickt. Die können aber das Neue immer wieder vorholen. Nun, oft ist es wirklich eine Begleitung über mehrere Male, selten, dass nur einmal reicht, aber gibt es auch. Aber da braucht es tatsächlich immer wieder, dass sie vergleicht das Alte mit dem Neue. Und so kann die Veränderung integriert werden. Aber natürlich immer wieder mit kleinen Schritten vorangehen in die Veränderung. Okay, das heißt so dieses Stagnieren, dieses Zurückschrecken, dieses Zögern, das kommt dann sozusagen in deinem Prozess weniger vor. Ja, die Menschen, die merken, dass es da rüttelt im Inneren, dass da umsortiert wird, das ist auch spannend. Also manche Bäume sich auch so richtig auf, ja, also innen drin, ja, und sagen, was passiert denn mir jetzt? Also manchmal ist tatsächlich so ein richtiges Sortieren auch schon auf der körperlichen Ebene, aber dann wird es schnell ruhig. Und dieses Ruhige, das Vertraute, dass sie merken, das bin ich, das fühlt sich richtig gut an, das ist für die so richtig wie Weihnacht und Ostern zusammen, dieses Gefühl. Und das nehmen die mit. Und das nimmt jeder mit. Und das ist genau in dieser Erinnerung, daran können sie in schweren Situationen, in der Zeit, wo sie eben das Coaching nicht bekommen, immer wieder hervorrufen und ein Tool ist zum Beispiel das Wassertrinken oder Basenbad. Ganz verschiedene Dinge, die man vielleicht noch später beleuchte, mal andere Podcasts. Aber sie können es immer wieder, das schöne Erlebnis, vorholen, sodass sie dann auch keine Angst haben, in die Veränderung einzugehen. Aber tun, das immer wieder tun, muss man schon selber. Also die Schritte müssen wir schon selber gehen, ne? Was meinst du, Ralf? Ja, geschenkt kriegt man nichts. Ja, und die Füße tragen uns in die Veränderung. Ja, genau. Und so kommen wir Schritt für Schritt ans andere Ufer. Und was erwartet uns am anderen Ufer? Wir hören uns beim nächsten Mal. Anthony, wo finde ich mehr zu deiner Arbeit? Meine Arbeit findet man bei meiner Homepage www.antoniebenz.de www.antoniebenz.de Ganz wichtig, konkret. Wo findet man deine Arbeit, Ralf? Meine Arbeit, also meine Arbeit findet man da jetzt nicht, aber Informationen zu den Füßen oder auch zu den Aktiveinlagen findet ihr unter www.stepflex.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, damit ihr auch beim nächsten Mal nicht verpasst, wenn wir ans andere Ufer ankommen. Aktiviert die Glocke und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Du willst auch die nächste Folge unserer Entdeckungsreise nicht verpassen? Dann abonniere jetzt diesen Podcast mit Herz und Fuß. Dann bleibst du dran und verpasst auch nicht den nächsten Aufbruch zu neuen Ufern. Du willst leicht und schmerzfrei durchs Leben gehen? Dann findest du mehr Infos unter www.stepflex.de und antoniebenz.de und antoniebenz.de